Moin moin, HeroManiacs, hier ist Sascha und es gibt eine kurze Vorankündigung und zwar werden wir heute Abend wieder streamen. Anders als sonst am Donnerstag wird es jedoch ein bisschen später losgehen. Wir starten heute um 21 Uhr und werden bis ca. 23 Uhr durchstreamen. Regulär sind wir ein ganzes Stück früher dran, dadurch dass David aber momentan im Urlaub ist, werde ich heute Abend mit dem Philipp gemeinsam streamen. Und ja, es wird uns sehr freuen, wenn ihr rumkommt, wir werden Overwatch spielen, vermutlich Ranked, Schnellsuche, vermutlich wird es ein paar Viewer Games geben, wenn wir um die Zeit noch Leute motivieren können. Und ja, es wird uns sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut und ich sage an der Stelle einfach mal, bis dahin.